Mephys Highlights, aber schmackhaft! Da bist du! So ein Bodyslam daneben. Oh ja, wir haben die neue Map. Juhu! Ah, nein! Du musst doch erstmal... Nein, nein, nein! Nein, komm zurück! Mit Ghostface! Ich bin da! Ich lauf schon mal vor. Ich paddel mal zurück. Das ist eine gute Idee, das hat letztes Mal bei dem Motorboot auch funktioniert. Vor allem, ich muss das alleine machen, weißt du? Das Ruder rumreißen, quasi. Juhu! 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 Juhu. Juhu! Juhu! Danach! Juhu! 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 als ein Außenborder. Ja, Mann. Aber jetzt schaffen wir es. Wir müssen nur dran glauben. Ja, das ist gut. Wir werden dran glauben, wenn wir so weitermachen. Ich hätte dann einfach nur so eine... einfach nur mal so eine Theorie. Warte mal, geh mal ein Stück entweder zum Bug oder zum Heck. Okay. Ich geh mal nach vorne. Zack. Nein. Man kann das so bewegen. Und zack. Warte mal. Ah! Nein! 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 Jetzt musst du es erleichtert machen. Hatte ich eh vor. Wir sehen zwar nicht zusammen, aber ich glaube, wir bewegen es etwas. Vielleicht haben wir mehr Kraft, wenn du beide Arme benutzt. Du und deine Theorien. Ja, beide Arme waren es. Beide Arme. Jetzt zack, zack. Beweg dich, du Drecksbrot. Warte mal. War das nicht irgendwie, dass wir diese Holzpfähle da drunter legen mussten? Natürlich. Aber das kann ja jeder mit dem Holz fehlen. Ich wollte das so machen. Super. Ja. Perfekt. Ich schiebe und du ziehst. Okay. Ich habe hier gerade Treibsand. Ich ziehe mit. Das hat mir schon gut geklappt. Wo kommst du denn her? Weißt du, was dieses Prinzip ist mit diesen Balken? Sie müssen unter das Boot. Ja. Aber wie dicht soll man das? Ein bisschen ist es unter, ne? Oder was? Das geht auch nicht weiter, habe ich das Gefühl. Ich zucke hier gerade so. Ich habe eine Idee. Ich habe jetzt eine super Idee. Nein, auf die Idee bin ich ja mal gespannt. Oh. Ja, guck mal. Ja? Und du? Warte. Ich bin noch mittendrin. Okay. Ich packe mal hier. Versuche es einfach hier rüber zu ziehen. Das könnte doch alles zu planen. Ich gucke mal wieder runter. Warte mal. Wir fahren gegen das Floß. Ja. Welcher Honk nimmt so ein Balken mit dem Weg. Ah, ich habe eine Idee. Ich kann mich mal wieder loslassen. Genau. So läuft es. Sehr gut. Wir sind ein Panzer. Wir sind ein Panzer. So, warte. Ja, es sieht gut aus. Das muss man nur die Richtung haben. Ich glaube, so fährt man kein Boot. Oh, jetzt da sauf ich aber. Reicht zum Speichern? Nein. Ich schiebe uns mal wieder ins Wasser. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu dicht am Land. Das war schon immer eine schlechte Idee. Jetzt hat er seinen Arm da verkrüppelt. Nein. 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 Du musst mich hochziehen. Ich blubber gleich ab. Nein. Nein. Nein, stirb nicht. Ah. Alter. Ich bin Jason. Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Nein. Die Ghostface. Wo war das nicht geplant? Aha. Ich weiß nicht wie, aber ich bin wieder drauf. Nein. Ich blubber ab. Ich hole uns an Land. Ich hole Anlauf. Du weißt, wie schlecht ich salzige Wasserflecken aus meiner Kleidung rauskriege. Ja. Und du weißt, wie ich... Ah. Ah. Oh Gott. Oh lol. Oh lol. Was war das denn? Guck mal. Ja mein Junge. Als würden wir so mega abfeiern. Yeah. Ja. Ja. Dein Charakter ist größer als meiner. Ich... Ich... Du hebst mich immer mit hoch. Ich fliege immer so ein bisschen. Hab ich dich? Ich hab dich. Komm hier hoch. Warte. Ich brauch dich. Ich brauch dich mit meiner anderen Hand. Ah. Auch noch. Oh mein Halb. Ich bin schon mal hier oben. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wir haben hier nix gewonnen. Bei der Aktion. Aber... Alter das wäre doch voll lustig wenn ich mich dran festhalten könnte. Ja. Ja. Ich lass dich los. Äh. Ja. Nein. Nicht los. Lass... Zurück. Nein. Ich lass dich los. Niemals. Niemals. Du weißt nicht wo da einer haken ist. Das Ding steht irgendwie ein bisschen leicht schreck. Und die beiden da vorne. Die liegen auf dem Container. Und die anderen beiden... Gar nicht. Ähm, ja Aufschieben Ja, man kann es nicht Oh nein, ich bin fast übertestet Auch alles verstopft Vielleicht verraff ich es auch Warte, hier, ich heb dich hoch Okay, der kommt schon alleine, Dinge hoch Der noch mit Mönzen, Junge, auf dem Rücken Du bist ja drauf Ich glaube, die sollten wir als B-B-B-Balancette Nein, ich mach mich schwer Mach, Dex, dann heb ich dich ein Wir wünschen echt Das ist gut, ich hab mir den Kopf Dann hab ich keine Goldface mehr Dann hab ich Redface Einmal so durch den Dreck ziehen Ich kill hole Nein, nein Meine Schminke geht ab Warte, ich fang ihn Ja, 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 fang ihn, fang ihn auf Ich fang ihn, ich fang ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Okay Anstoß Oh Ich leb nur noch Ja, noch Wenn du tot bist, das merke ich dann Dich spawnt eigentlich die Stange auch Weil wenn sie Essenziell Nämlich dich Nämlich dich und zieh nicht damit rüber Ja, mach mal Ich hoffe, du Ich hoffe, du es ein Über bist Äh, nee Ja, nicht so Dann hakt sich das ein bisschen Nein Oh, die Stange ist noch da Die war noch erreicht, war die Stange Nein Die war noch Ach, nicht Die ist einfach nicht despaunt Kommst du dran? Da dran, komm Soll ich dich an den Füßen festhalten? Hä? Äh Ich halte dich an den Füßen Und du hältst die Stange Ja So ähnlich machen wir das Kommst du dran? Warte Ich fall gleich mit Ich hab keinen Kullkopf Warte mal, ich muss dich über Ah, jetzt Jetzt ist sie weg Sie könnte despaunen Hast du sie? Ne, jetzt ist sie weiter runtergefallen Oh nein Ah Hör doch auf Immer weiter zur Kanzi Nein Ich bin für den Wasser Ich bin für den Wasser Ich bin für den Wasser Also die Stange Oh gut Aha, sie ist despaunt Wow Ja, ja Das sieht gar nicht mal Wow Okay Möhre brüttt Möhre brüttt So Kann ich dich da Bisschen dissen? Versuch mal Ich guck mal bis hier vorne an die Kante Naja, kann ich nicht Lol Das geht einfach durch den Boden Wir sollten nicht an Quellcode rumdoktern Ich hab sie Lass die wieder los Ja War gut Sehr gut Scheiß auf die Stange, ey Kannst du mal Oh Ich bin Ich bin Nein, die Stange ist despaunt Und ich bin irgendwie halb hier drunter Hilfe Also ich kann zwar Ich guck mit der Stange hochgehen Aber zaubern kann ich nicht Also Ich seh's am Schatten Verschritt, Verschritt Ja, 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 ja Verschritt, Verschritt Noch ein Schritt, noch ein Schritt Noch ein Schritt Jetzt Schöss an der Kante Ich komm nicht dran Warte Ich kann noch einen Meter Nein Hast du Ja, ein bisschen rüber Ich wackel schon Ein Beides schon drüber Wie sieht's aus, Junge Nein Ja, komm, ich hätt dich hoch Mich hat ein Geist erwischt Ja Nein Vorsichtig, ich geb mir mal die Stange rüber Okay Aufs Kleinigkeiten brauchen wir jetzt nicht achten Au Ich hatte mal ne Idee Nein, ich hab's noch Ja Ja, weil vorwärts zu langweilig wär Scheiß, die war da Ich seh dich durch meine Eishockey-Maske Die Kamera ist so dicht dran So, Junge Jetzt schmeiß ich dir erstmal einen Stein auf den Kopf Ja, oder auch nicht Tschüss Warte Warte Warte, ich helf dir Okay Ja Jason Vielleicht hat er schon blutig Schwing weiter Aber schwing dich die Kette aus der Öse Ich meine die Öse aus dem Haken Ich hänge wie so ne Fliege am Fliegengitter Ja, ey Ja Jihaa Uff Okay, das war lustig Es geht aber immer noch weiter Nein Okay Wie das aussieht Das ist schon zweites Leer, was wir hier machen Ja 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 Ist schon Okay Ja Ja Das sieht doch gut aus Warte Ich hab's noch nicht Jetzt zieh ich das Kabel Okay Das ist geil Pass auf Jetzt wird's richtig nice Hä? Ich hab keine Ahnung, aber es fühlt sich gut an Steck das einfach mal zu blau, ey Wie das aussieht Komm durch Ja Ich glitsche einfach so rüber Ja, ich bin drüben Weil wir auch jeden Scheiß mitnehmen müssen, ne? Jetzt ebte ich mich durch Okay, warte Wir machen's mal Wir machen's jetzt mal Zivilisiert Oh, lol Dschungel, das war Das war Parcours, ja Das war Parcours zweites Leer Okay Wieso besoffener hier? Achso, weil ich den Boden nicht loskriege Achso, hier vorne Moment Ich hab's gleich Ja Mit einer Hand in der Aktiven Ende Das ist immer gut Das lernt man auch Da Nehmen wir die Sicherheitsfunktion Eines FI-Schalter Wie Lol Das hat geklappt Ja, irgendwas Du hast es kurz geschlossen Irgendwas hat eben gefunkt, ne? Ja Haben wir es in den Arsch gekriegt? Juhuuu Ich will das Kabel In die Batterie Ohne Worte, Leute Ohne Worte Nochmal das Ganze Genau Leg dich mal rein Ja Ja Nice Junge Warte mal, ich springe mal ein bisschen auf den Kopf rum Oh Ja Oder Warte mal, ich hab was besseres Jetzt sag dich, ich hab sadistische Züge an mir, aber Ja Ich seh nicht mal mehr was Es sind eigentlich nur versteckte Aggressionen Oh Das Tor ist zu Verstehe Oder so viel zur Exkavation, ey Ja Aber warte mal, steck das nochmal zusammen Ja, ich bin dabei Es ist schwieriger, als es vorhin aussah Ich meine, als wir den Anschein erweckt haben Jetzt hab ich auf der einen Seite den Tränen auch keiner draus Es ist Es ist schwer Ich denke hier auf eigene Gefahr Ich bin ja auch nicht so stabil mit meinem Gashebel, aber Ich gebe alles Oh Oh Ich hänge hier Siehst du meine Hände? Nein Ich hänge hier noch Warte mal Lass mal so Ich lass mal einfach mal los Oh Okay, warte Du genießt es natürlich Warte mal Ich komm nicht weiter So Oh, was heißt das? Ich hänge, Alter Ich lasse los Ich hänge da wirklich inzwischen Ich lass komplett los Oha Okay, jetzt hält die mich wieder fest Okay Warte mal Jetzt könnte ich mich mal an der Wand festhalten Ja Und jetzt nochmal runter Schaff ich es? Das festzuhalten? Nein Oho Können wir die wegschieben? Das können wir doch bestimmt irgendwie hochhebeln Jack ist die erste Bereit? Ja Ja Feuer Äh, warte mal Äh Ja Ja Jetzt geht's weiter Pass auf So fett Willst du dich auch noch reinkommen? Ja Ja Und jetzt Und jetzt Oh, das sieht so schön aus Feuer Alter, guck mal Hier ist so eine Wassermatratze Und ein Amboss Alter Ich versenk den Amboss Und nicht die Kiste Ich versenk die Holzkiste Bin ich nicht ein Genies? Ja Warum finden wir irgendwas mit Wasser? Alles wird versenkt Muss die maximale Spannung haben Ja, ich hab ihn Woaah Scheuß Aber erstmal Lasst ein selfie Ich Kiste Ich verstehe